Wenn es Millionärskinds bei B&B Hotels ist. Oh, schickes Hotel. Hallo, einmal das teuerste Zimmer, was Sie haben, bitte. Sehr gerne, einmal zahlen, bitte. So wenig? Das kann ja gar nicht gut sein. Doch, glauben Sie mir, wir haben ja nur gute Zimmer, damit auch jeder mal Urlaub machen kann. Aha, da bin ich ja mal gespannt. Da ist es ja nicht schlecht, Herr Specht. Aber das Bad kann nicht sauber sein. Ich bin beeindruckt. Aber das Bett kann nicht frisch gemacht sein. Warum ist das hier alles wie im Fünf-Sterne-Hotel? Irgendwas muss faul sein. Bestimmt sind die Mitarbeiter unfreundlich. Die Tasse war undicht. Die Kosten für mein Designerhemd übernehmen Sie. Oh nein, das tut uns leid. Aber wir haben da was für Sie. Krass, so viel für so wenig Budget. Ich glaube, ich werde hier wirklich Stammgast.